Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüsse Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 21. November 2023. Nicht verzweifeln, lassen Sie sich nicht herunterziehen von den niederschmetternden Schlagzeilen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne und die Welt ist nicht verdammt. Was wir heute beobachten, ist nichts anderes als die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit schlägt zurück, nachdem man sich vielleicht in den letzten eher etwas sorglosen Jahren vor der Pandemie daran gewöhnt zu haben scheint, dass es immer aufwärts geht, immer nur aufwärts geht. Aber das ist eben eine Illusion. Konflikte, Kriege gehören zur Politik, gehören zur menschlichen Natur. Die hat es immer schon gegeben. Und wenn Sie da die einschlägige Literatur zurate ziehen, dann wird Ihnen dort sogar vor Augen geführt, dass wir heute in der, man glaubt es kaum, friedlichsten aller Zeiten leben. Natürlich ist das Ganze immer explosiv. Und man kann jeden Konflikt von seiner schlimmstmöglichen Wendung herdenken. Und das Unheimliche ist natürlich, dass wir das Gefühl haben, meines Erachtens zu Recht das Gefühl haben, dass wir im Westen von Flaschen regiert werden. Aber die Flaschen haben wir selber gewählt. Also sind wir aufgerufen, tief in den Spiegel zu schauen und die Fehlentscheidungen von früher zu korrigieren. Solange wir das noch tun können, sollten wir das machen. Und abgesehen davon, dass wir Kriege haben, Konflikte und auch drohende Rezessionen, beobachten wir ja gleichzeitig, dass ein Teil des Wahnsinns auch wieder verfliegt, der uns da aufgenötigt wurde. Denken Sie nur an das Gendern. Denken Sie an diesen ganzen Klimahype. Nicht der Umweltschutz, nichts gegen Umweltschutz. Aber diese Klimareligion, dieser Extremismus, verkörpert nicht zuletzt durch eine Greta Thunberg, diese Heldin der Journalisten, und heute reiben sich die Journalisten fassungslos die Augen, können sich gar nicht mehr vorstellen, wie ist es nur möglich, dass wir da diesem Mädchen aus Schweden hinterhergelaufen sind. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Was wir heute sehen, ist die Rückkehr der Wirklichkeit. Das ist schon seit einigen Jahren im Gang und wir müssen uns jetzt halt wieder daran gewöhnen, dass die Welt ein potenziell gefährlicher Ort ist. Und dass man nicht einfach ein paar Papierschlangen aufhängen kann, die Armeen abschaffen und dann kommt alles gut. Wir müssen uns auch die Frage stellen, was sind die Erfolgsrezepte und nationalen Interessen unserer Länder? Was ist die Schweiz? Ist die Schweiz ein Land, das sich überall institutionell einbinden lassen sollte? Oder ist die Schweiz ein Land, das seine politische Unabhängigkeit pflegen sollte? Die Schweiz muss ihre politische Unabhängigkeit pflegen. Das ist für mich völlig sonnenklar. Denn gerade ein kleines, ein verwundbares Land muss eben flexibel bleiben, darf sich nicht irgendwo andocken, anschrauben lassen und so dann eben Gefahr laufen, dass andere die Entscheidungen treffen. Vor allem, dass man uns hineinzieht in einen dieser fürchterlichen Kriege. Und etwas anderes, was auch den Leuten immer natürlicher und vernünftiger erscheint, wir müssen doch diese Kriege einhegen. Denn was haben wir uns da verrannt und Teile vor allem unserer politischen Führungseliten. Was haben die sich verrannt da bei diesem Ukraine-Krieg? Und jetzt müssen wir aufpassen im Gaza, dass man nicht schon wieder in die gleiche Einseitigkeit verfällt. Denn diese Kriege, und das ist auch klar, haben bis jetzt vor allem ein Resultat. Unendliches Leid, unendliches Leid und zweitens einen ganz massiven Vertrauensverlust des Westens. Es glaubt doch dem sogenannten Westen niemand mehr, wenn er sagt, wir sind für das internationale Recht, wir sind für den internationalen Strafgerichtshof. Das ist doch die reine Willkür, die je nach Fall ganz anders angewiesen wird. Und auch noch so eine Erkenntnis, die man hat, wo ist eigentlich die EU? Was machen eigentlich diese Regierungen den ganzen Tag? Und die Amerikaner, was läuft da genau in Washington? Und wir lesen ja fast schon täglich jetzt irgendwelche Arztzeugnisse zum Gesundheitszustand des Präsidenten. Das sind Missstände, die jetzt sozusagen im Brennglas der Wirklichkeit überhaupt erst sichtbar werden. Ich will das nicht unterschätzen. Und natürlich sind das potenziell gefährliche Entwicklungen, mit denen wir es zu tun haben. Aber Entschuldigung, die Welt war immer schon ein gefährlicher Ort. Sie war zu Zeiten auch schon ein viel gefährlicherer Ort als heute. Und diese Hans-im-Glück-hafte-Sorglosigkeit, diese fremdfinanzierte-Sorglosigkeit, der wir da viel zu lange gefrönt haben, die ist nicht nachhaltig, um dieses Modewort zu verwenden. 90 Jahre Weltwoche. Ich verweise auf unseren morgigen Grossanlass mit Viktor Orban. Die grosse Zürcher Rede von Viktor Orban. Ich freue mich sehr. 90 Jahre Weltwoche, 90 Jahre Vielfalt, 90 Jahre die andere Sicht, 90 Jahre Freiheit und 90 Jahre Schweiz. Und deshalb passt es natürlich, wenn der grösste Freiheitskämpfer, der für mich grösste Freiheitskämpfer in Europa, morgen in Zürich, weil er wird. Übrigens Viktor Orban auch ein ganz grosser Europäer. Allerdings ein Europäer, der eben gemerkt hat, dass nicht überall dort, wo EU draufsteht, auch Europa drin ist. Und wir sind ja innerhalb von kürzester Zeit von grösstem Interesse beglückt und überwältigt worden. Leider gab es nur eine begrenzte Zahl von Sitzplätzen, die wir da offerieren konnten. Für alle aber, die sich kein Billett sichern konnten, habe ich eine gute Nachricht. Morgen ab 9.45 Uhr startet mein Kollege, unermüdlich, Roman Zeller, einen Livestream mit vielen illustren Gästen aus der Schweiz, aber auch international. Seien Sie dabei, da sind grosse Namen, die morgen kommen. Und wir werden mit Ihnen im Gespräch sein, um diesen hochinteressanten Politiker Viktor Orban, über den so viel geschrieben und über den auch so viel Unsinn geschrieben wird, Ihnen näher zu bringen. Das ist ja die Weltwoche. Auch sogenannte Reizfiguren, umstrittene Persönlichkeiten hier in die Nähe zu bringen. Und wenn Sie heute irgendetwas halbwegs Vernünftiges sagen, sind Sie ja bereit zum Stritten. Oder wie es die ebenfalls nach Zürich kommende Fürstin Gloria von Thurn und Taxis einmal ausdrückte, wer sich heute die Zähne putzt, gilt ja bereits schon als konservativ. Die Schweiz, ein neutrales Land, wir müssen unsere Neutralität pflegen, meine Damen und Herren. Wir dürfen nicht übermütig werden, wir dürfen unsere Zäune nicht zu weit machen. Übrigens, der berühmte römische Kaiser Augustus, der nach blutigen Bürgerkriegen die Monarchie wieder eingeführt hat, allerdings raffiniert getarnt als Republik. Er hat in seinem Testament seinen Nachfolgen auch auf den Weg gegeben, überdehnt nicht das römische Imperium, die römische Herrschaft, macht eure Zäune nicht zu weit. Also dieser Potentat, dieser Kommandant eines Grossreichs der Antike, auch er hatte schon die Einsicht des heiligen Klaus, Niklaus von Flühe, Bruder Klaus, der eben den Schweizer dann viele Jahrhunderte später geraten hat, ihre Zäune nicht zu weit zu machen. Das ist heute auch wichtig, weil da draussen viele Minen im Moment hochgehen. Und wenn man sich da überall einmischt und gemein macht, bringt man eben den Krieg auch in die Schweiz. Und da müssen wir ganz massiv aufpassen. Die SVP soll sich zurückziehen. Zürcher Wirtschaftsverbände für neuen Ansatz bei Ständeratswahlen. Ja, die, wie ich mal vermute, vor allem FDP-freisinnig nahen Wirtschaftsverbände raten nun, der SVP nach den letzten Ständeratswahlen stellt keinen Kandidaten mehr auf. Die SVP ist ein toxisches Label. Und wenn die NZZ richtig rapportiert hier, wobei man muss da immer auch wieder Fragezeichen setzen, es stimmt ja bei weitem nicht alles, was die Medien bringen, übrigens auch bei Kriegen sowieso nicht, da muss man ganz besonders aufpassen, aber eben auch sonst in der Politik. Und die schreiben da, die SVP habe da durchaus auch Musikgehör gezeigt, dass man also in Zukunft bei Regierungsratswahlen, bei Ständeratswahlen, bei heftig umstrittenen Majorskämpfen keinen Kandidaten mehr stelle, sondern einem anderen, vielleicht mehrheitsfähigeren FDP-Kandidaten den Vorzug lassen würde. Also eine verrücktere Forderung habe ich schon lange nicht mehr gehört und auch eine überheblichere nicht. Ich meine, es ist doch unglaublich, dass da die Parteien, die bei den 14, 15 Prozent herumschleichen, dass die jetzt denen, die im Grunde vom Wähler auch beauftragt werden mit einem starken Mandat, sich für Exekutiveämter zur Verfügung zu stellen, dass man denen dann sagen will, ihr sollt euch da zurückziehen. Das ist doch eine ganz andere Aufgabe. Die Wirtschaftsverbände, die hier solche Forderungen aufstellen, sollten in Zukunft sich vielleicht etwas Entschiedener dafür einsetzen, dass da die bürgerlichen Kandidaten gewählt werden. Und es zeigt vielleicht eher die schwindende Macht dieser Wirtschaftsverbände. Gerhard Pister, der Mitte-Präsident, mit einem grossen Interview erneut in der NZZ. Fabian Schäfer, der NZZ-Inlandjournalist, scheint da auch eine innige Liebe auch zu spüren gegenüber der Mitte-Partei. Gerhard Pister ist der Stratege des Bürgerlichen, der da seine Deutungen anbietet. Und Gerhard Pister ist von einer bewundenswerten Eloquenz darin, immer wieder die slalomartigen Bewegungen seiner Mitte-Partei quasi als Ausfluss einer absolut kohärenten, geradlinigen Strategie erscheinen zu lassen. Und ich wundere mich immer, wie die Journalisten ihn da sozusagen aus der Hand fressen und geradezu hypnotisiert scheinen. Auch im Sonntagsblick eine absolute Hymne. Er wurde fast schon als Immanuel Kant von Bundesbern bezeichnet, da vom Kolumnisten Frank A. Mayer. Hoffentlich steigt ihm das jetzt nicht in den Kopf. Die Bürgerlichen, das ist jetzt sozusagen auch wieder etwas, das schweizerische Politsystem, nachdem die SVP stark gewonnen hat, während, also bei den Nationalratswahlen und die Medien dann plötzlich im Banne standen, die CVP, die Mitte-Partei, da als eigentlichen Gewinner auch darzustellen, weil sie da die FDP überholt hätten. Jetzt gibt es die Gelegenheit, nach den Ständeratswahlen hier wieder etwas, ein anderes Gewicht zu setzen. Am Ende des Tages wird es einfach darauf ankommen, dass da die bürgerlichen Parteien in Bern sich auf bestimmten Sachfragen zusammenfinden. Und dieses politische Figurenreiten, das ist nicht sehr ergiebig. In der FDP des Kantons Zürich bahnt sich jetzt eine Auseinandersetzung ums Präsidium ab. Es kandidieren zwei prominente Exponenten, zum einen Philippe Leutenecker und zum anderen Peter Grünenfelder von Avenir Suisse. Philippe Leutenecker, der frühere Chefredaktor des Schweizer Fernsehens, Arena-Moderator und heutiger Stadtrat von Zürich, der mit einem interessanten Dreiergespann antritt, und Peter Grünenfelder sind wir sehr gespannt, was da läuft. Philippe Leutenecker, sicherlich eine der Persönlichkeiten mit Wasserverdrängung in der schweizerischen Öffentlichkeit, eine illustre Figur. Matterhorn, die Skirennen, wir haben darüber noch nicht gesprochen. Leider aufgrund von Witterungsbedingungen konnten da die Organisatoren um den charismatischen Direktor Julen, sie konnten nicht punkten. Der Wind hat ihnen da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und was nun auffällt, ist, dass Exponenten des Schweizer Fernsehens dieses Matterhorn sozusagen zum Sinnbild ihrer klimapolitischen Ausschweifungen machen möchten. Und diese Politisierung des Sports, die da stattfindet, des Skisports, die ist der Untergang des Sports, meine Damen und Herren. Also wenn der Sport da laufend vereinnahmt wird und in diese politischen Auseinandersetzungen hineingezogen wird, auch als Plattform dieser politischen Auseinandersetzungen zweckempfremdet wird, dann wird das den Sport zerstören. Das ist der Untergang des Sports. Dann die SRG-Verantwortlichen jammern auf Vorrat, dass 900 Stellen abgebaut werden müssten, wenn die Sparpläne des Bundesrates dadurch kämen. Das ist klar, diese Klage ist jetzt zu hören. Ich bleibe dabei, das wäre das Beste für Schweizer Fernsehen, wenn es gesund schrumpfen müsste. Das würde auch etwas die aufgeblähte Selbstvertrauen etwas in normale Masse zurückbringen. Alain Berset wehrt sich gegen den Untersuchungsbericht zu den Corona-Leaks. Er sagt, sein Departement sei da nicht überführt der systematischen Fütterung der Medien. Nun gut, ich habe die Leute aus Bersets Departement gesehen, wie sie da mit den Blickjournalisten eben Händchen halten durchs Bundeshaus gelaufen sind. Aber Alain Berset hat hier natürlich schon das Recht, sich auch noch zu verteidigen auf seiner Abschiedsrunde. Interessant, seit über einem Jahr hat man uns erzählt, dass der Angriff der Russen auf die Ukraine, der Rheinmarsch, unprovoziert gewesen sei. Unprovoziert, das ist das Wort, das man ihnen eingehämmert hat. Und wehe, man hat sich gegen diese Version gestellt. Dann war man sofort ein Putin-Versteher, ein Putin-Groupie. Nun aber ruft in Erinnerung der Columbia-Professor Jeffrey Sachs, bei uns auch schon interviewt. Er ruft in Erinnerung, dass kein Geringerer als NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im letzten September folgendes gesagt hat. Zitat. Präsident Putin erklärte im Herbst 2021, die NATO solle versprechen, sich nicht mehr zu erweitern. Er schickte dazu einen Vertragsentwurf. Es war eine Bedingung, um in die Ukraine nicht einzumarschieren. Natürlich haben wir das nicht unterschrieben. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Ein Foppa erplaudert aus, was alles dementiert, was ihnen die Medien und auch die Politiker in den letzten Monaten erzählt haben. Nämlich, dass dies ein völlig unprovozierter Krieg aus heiterem Himmel gewesen sei. Und das ist eben nicht der Fall, wie diese Aussage zeigt. Putin hat dem Westen gesagt, was ja auch nicht weiter verwunderlich ist, ich möchte keine NATO hier in der Ukraine. Ich möchte in diesem empfindlichen Vorhof Russlands keine gegnerische Atommacht stationiert haben. Ich möchte die Amerikaner nicht an meiner Landesgrenze. Und das ist ja keine ungeheuerliche Forderung, sondern das ist etwas, was die Amerikaner für sich wie selbstverständlich in Anspruch nehmen. Man hat das ignoriert. Und deshalb gibt Jens Stoltenberg zu, dass die NATO damit im Grunde diesen Krieg provoziert hat. Ganz klar, sie hat diesen Krieg provoziert. Und das muss man hier einfach festhalten gegen diese Wellen der Desinformation, die da als offizielle Wahrheit über uns hereingedonnert ist während Monaten. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily Schweiz. Für heute seien Sie auch dabei bei der internationalen Ausgabe gleich im Anschluss. Untertitelung des ZDF, 2020 der��ualde